Ein Adelsprädikat ist ein Namenszusatz oder die Anrede für einen Adeligen. Namenszusatz Den Zusatz zum Namen eines Adeligen gibt es in der Form einer Präposition oder der eines Suffixes. Sie stand vor dem Nachnamen, zum Beispiel. Gerlinde von Mustermann Wird in Listen oder Büchern der Nachname zuerst aufgelistet, findet man die Person meist unter den Anfangsbuchstaben des Zunamens. So würde Z. B. August von Mustermann unter M. zu finden sein und nicht unter V. Ursprünglich diente das Wort von zur Anzeige von Wohnsitz, Herrschaft oder Gerichtsbarkeit, wie zum Beispiel beim Herzog von Württemberg. Um 1630 wurde es üblich, Adelshäuser mit dem Adelsprädikat zu bezeichnen. Aber nicht immer deuteten diese Adelsprädikate vor allem das von auf eine adelige Herkunft hin. Besonders in Norddeutschland führen Personen ein von im Namen, das allein auf den Herkunftsort deutet. Bei ihnen lag keine damals legitime adelige Herkunft vor. Später wurde dies durch das Suffixmann abgelöst. Allerdings war es im Mittelalter üblich, dass Söhne aus unebenbürtigen Verbindungen Adliger, aber auch deren uneheliche Kinder, den Namen ihres Vaters als Familiennamen führen durften. Bei neuzeitlichen Adelserhebungen wurde in der Regel lediglich das von vor den bürgerlichen Nachnamen gestellt. So etwa bei Johann Wolfgang von Goethe. Der Name konnte bei einer Nobilitierung auch geändert werden, wie bei Caroline Friederike von Waldenburg und Otto von Gericke. Die Bezeichnung Gehen von Führer genannt von deutete in Deutschland bzw. Preußen auf eine Adoption hin, Beispiel hier für Fritz Ehrich von Lewinsky Gehen von Mannstein. Oftmals wurden die Namen auch durch einen Bindestrich zusammengefügt. Mit der Zeit blieben viele Namen erhalten, aber der Sitz der Familie änderte sich. So deutet das Adelspartikel zu, im Gegensatz zu, von an, dass die Familie zum Zeitpunkt der Namensverfestigung noch im Besitz der namensgebenden Städte war, wie zum Beispiel die Fürsten von Unzu-Lichtenstein. Darüber hinaus wurde zu als Prädikat vor allem von Standesherrlichen Fürsten geführt, die mit der Mediatisierung in den Jahren 1803-1806 nicht die fürstliche Würde. Aber die hiermit verbundene hoheitliche Territorialgewalt verloren hatten, dadurch waren sie von jenen Fürsten zu unterscheiden, die auch nach 1815 weiterregierten und das Prädikat von Fürsten. Am 11. August 1919 wurden mit der Weimarer Verfassung die Vorrechte des Adels abgeschafft. Die ehemaligen Adelsprädikate sind dadurch nach dem bürgerlichen Recht Bestandteil des Namens geworden. Aktuell wollen sich ehemals adelige Namensträger durch die Abkürzung V von ehemals nicht-adeligen Namensträgern unterscheiden. Entsprechend den früheren Ranglisten des preußischen Militärs bis 1914, wo der Uradel durch die Abkürzung V vom neueren Briefadel unterschieden wurde, Angehörige ehemals regierender Häuser schreiben das von weiterhin aus, da es nicht als Adelsprädikat, sondern als herrschaftsanzeigende Präposition galt. Im Mittelalter wurde vom Adel die Benutzung des von und zu strikt eingehalten. Das von zeigt den Geschlechternamen. Zusätzliche Wohnstättennamen werden nach dem Schema von Weißstein zu Schwarzfels geführt. Damit unterscheiden sich die frühen Adelsfamilien in der Konstruktion des Namens vom Briefadel, deren Namen nicht in Bezug zu einer Ortsangabe steht. Das von und zu zeigt also einen Adeligen, der seit dem Mittelalter auf seinem Stammsitz heimisch ist. Der Zusatz von verbreitete sich ab etwa 1770 auch bei Offizieren im dänischen Heer. Vorbild waren das preußische Heer, in dem praktisch alle Offiziere adlig waren und von hießen. So wie die deutschen Adligen im dänischen Armeedienst. In Dänemark konnte bis 1860 jeder Offizier das Wort von in seinen Namen setzen, es bezeichnete daher keinen Adelsrang. Obwohl diese Praxis 1860 abgeschafft wurde, ist es in einigen dänischen Familiennamen noch erhalten. Meistens wird das die von Personen getragen, die zum Adel gehören, wie bei Marquise de Pompadour und Charles Mauriz et de Talleyrand. Gerade in Frankreich ist aber die Anzahl der Scheinadeligen sehr groß. Ein adelig klingender Name deutet daher oft nicht auf Adel hin. Das französische D entspricht ziemlich genau dem niederländischen Fann, was die Häufigkeit der Adeligenqualität anbelangt. Das genaue Adelsprädikat hängt vom grammatischen Geschlecht und der Anfangssilbe des Namens ab. Heute wird die jeweilige Präposition meistens groß geschrieben, gelegentlich wird behauptet. Die Kleinschreibung weise auf eine tatsächlich adelige Herkunft hin, tatsächlich handelt es sich hier aber nicht um eine belegbare Regel. Außerdem enthält der Familienname etlicher bekannte Adelsfamilien, wie die Borromeus weder eine derartige Präposition noch eine explizite Adelsbezeichnung. Niederländische Namensbestandteile wie Fann, die T-E-R-U-S-W, deuten nicht auf Adel hin. Das Prädikat für den untitulierten Adel ist das dem Vornamen vorangestellte Jonk-Heer. B-J-H-R. Marinus van der Goos van Natas. Ursprünglich zeigte das Wort von die örtliche Herkunft einer Person an, adelig oder nicht. In späteren Nobilitierungen wurde das Adelige von als sogenanntes Ehrenwort zum Namen hinzugefügt. Eine Person wurde also in den Adelsstand mit dem Ehrenwort von erhoben, aus N. N. Müller wurde N. N. von Müller. Im Falle einer Nobilitierung konnte anstelle der Namenschreibweise wie von Schiller oder von Müller auch ein sogenanntes Prädikat zum Familiennamen erbeten werden. Wurde dieses gestattet, hängte der Betreffende sein Wunschprädikat eine Orts- oder eine fantasievolle Ehrenbezeichnung an den Familiennamen an, z.B. Fischer von Erlach, Komini von Sonnenberg oder Amon von Treuenfest. In einigen Fällen wurde auch die Bezeichnung des Ortes, an dem sich ein Offizier in einer Schlacht besonders ausgezeichnet hatte, als Prädikat gestattet wie bei Gollia von Selotelipa. Zum Teil ließen die betreffenden Personen den Familiennamen später einfach weg und nannten sich nur nach dem Prädikat. Dies wurde von den österreichischen Behörden geduldet und in einigen Fällen auch amtlich genehmigt. Solche Personen, die in den Ritter oder einen höheren Stand erhoben wurden, trugen die Standesbezeichnung bzw. den Titel offiziell, h. in der Regel jeweils vor dem Familiennamen und nicht vor dem Prädikat wie etwa Josef Graf Radetzki von Radetz. Eine Ausnahme gilt hier bei der Ehrenbezeichnung Edler von. Diese wurde immer nach dem Familiennamen getragen, Beispiel. Hugo Hofmann Edler von Hofmannsthal. Gesellschaftlich werden solche Fälle aber weniger umständlich bezeichnet. Freiherr Roth von Limanova-Lapanow ist einfach Baron Roth oder Baron von Limanova-Lapanow. Doppelnamen mit Bindestrich und vorangehendem von oder zu und Titel kamen durch Adoption oder Übertragung. Wie etwa bei Karl Freiherr von Pflanzer-Balten und Stögersteiner von Steinstetten oder dem Sonderfall Habsburg-Lothringen aufgrund allerhöchster Genehmigung zustande. Einen Sonderfall stellen die Adelsbezeichnungen dar, die aus Adelslegitimationen in den Gebieten stammen. Die an Österreich infolge des Zerfalls der Respublice 1772 bis 1795 gefallen sind. In den Gebieten des als österreichisch-ungarische Kronland gebildeten Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau bestand eine andere Adelstradition mit vom restlichen Europa abweichendem Adelsrecht. Die SZ-Lachter der Adelsrepublik entstammte überwiegend aus uradligen Häusern, deren Legitimation in der Zuordnung zu bestehenden Wappengenossenschaften bestand. Hierdurch werden unterschiedliche Familien gleichen Namens durch die Nennung der zugehörigen Wappengenossenschaft unterschieden. So wurden existierend Z. B. Grafen Komorowski-Wappens-Siol-Eck als auch Grafen Komorowski-Wappens-Gotschak. Nach 1919 hat sich die Praxis ergeben, dass die Wappenbezeichnung dem Namen mit oder ohne Bildestrich vorangestellt wird, sodass die Unterscheidung der Sjolik-Komorowski von den Korczak-Komorowski weiter sichergestellt ist. Diese Praxis wurde auch in anderen Ländern nach dem Inkrafttreten adelsfeindlicher Gesetzgebung wie der CSSR oder Polen angewandt und sogar in der Zeit der kommunistischen Regime behördlich akzeptiert. Seit 1919 ist es in Österreich durch das Adelsaufhebungsgesetz verboten, das von und die Titel im Namen zu führen. Sie wurden ersatzlos aus den Pässen gestrichen. Aus Robert Edler von Musil wurde so Robert Musil. Manchmal wurde der Familienname gestrichen und das Prädikat ohne von zum Familiennamen erklärt. Oder es wurden der Familienname und das Prädikat als Doppelnamen eingetragen. Das hing wohl vom jeweiligen Urkundsbeamten und seiner Gesinnung ab. Originell ist die Familie Wolf V. Plotek. Es gibt heute drei staatliche Varianten. Wolf Plotek und Wolf Plotek. Die Doppelnamen sind heute insoweit verwirrend, da man nicht mehr erkennen kann, ob es sich um einen alten Doppelnamen, einen Doppelnamen bestehend aus Familiennamen und Prädikat oder um einen neuen Doppelnamen durch Heirat handelt. Die Abschaffung der adeligen Namen wird von konservativen Gruppierungen bis heute als Menschenrechtsverletzung betrachtet. Weil es sich 1918 bei allen adeligen Namen nur noch um individuelle Persönlichkeitsrechte der Namensbezeichnung handelte und diese nicht mehr mit Standesrechten oder anderen rechtlichen Vorteilen verknüpft waren. Diese Vorrechte wurden bereits in der Dezember-Verfassung abgeschafft. Adelstitel wurden in der Schweiz nur aufgrund der ständischen Tradition von auswärtigen Herrschern oder dem städtischen Patriziat getragen. Die alten Patrizierfamilien behielten auch nach 1848 ihren Zusatz von Es ist nicht immer einfach echtes Patriziat wie von Grafenried und Herkunftsnamen wie von Gunten zu unterscheiden. Als Synonym zu von wird in der französischsprachigen Schweiz die verwendet wie die Reif. In Bern und Freiburg wurden 1782 und 1783 die Unterschiede unter den Patrizierfamilien adeliger und bürgerlicher Herkunft dadurch ausgeglichen, dass man das Adelsprädikat eingestattete. Im Luzerner Patriziat ersetzte das Fundamentalgesetz von 1773 den bis dahin üblichen Titel Juncker mit dem Prädikat von Allerdings machte man davon, mit Ausnahme der alten Ministerialgeschlechtern, wenig Gebrauch. Man nannte sich dafür gerne nach dem Grundbesitz wie Pfeiffer von Alteshofen. Die Luzerner Regierung schützte das Adelsprädikat in den Jahren 1895, 1896 und 1899. Ebenso tat dies ein Bundesgerichtsentscheid von 1941. Wer in der Schweiz als adelig gilt und welches die Voraussetzungen dafür sind. Darüber geben die Aufnahmekriterien des schweizerischen Malteser Ordens Auskunft. Im Gegensatz zu anderen Adelsprädikaten wird oft nicht in den Namen eingebaut, sondern wenn überhaupt dann zum Titel gefügt, Sir Edward Elgar. Baronet of Broadheath Bei genuin Adeligen wird der Familienname nur dann benutzt, wenn dieser Teil des Adeltitels wurde, Z.B. Naht an Rothschild, Baron Rothschild. Die Adelstitel werden oft nur primogen vergeben. Angehörige der Adelsfamilien, die über keinen Titel verfügen, werden zur Gentry, dem sogenannten Landadel, gezählt. Das Adelspartikel of führt nur der Hochadel vom Earl aufwärts. An einen Viscount-Titel schließt sich immer gleich der Name an. Im britischen Adelssystem gibt es immer nur einen Träger des Adeligen Titels. Der Sohn des Duke of Buckingham hieß also nicht auch Buckingham und auch nicht Duke. Damit aber auch der Sohn schon zu Lebzeiten des Vaters einen Titel tragen darf, führt er einen der nachrangigen Titel des Vaters. Dies ist in Praxis erst abhörlüblich. So können weitere nachrangige Titel selbst an den ältesten Sohn des ältesten Sohnes vorweggegeben werden. Diese Titel nennt man Höflichkeitstitel, und der Sohn nimmt auch keinen Sitz im Oberhaus. Nachgeborene Kinder eines Peers führen keinen erblichen Adelstitel, heißen aber Theona Abel, M.R., Miss oder M.R.S. Alle Töchter eines Solls heißen Lady X, und alle Söhne eines Dukes heißen Lord X. Familienname und Titel unterscheiden sich. Trifft man zum Beispiel in Großbritannien eine Person, die sich mit Spencer Churchill vorstellt, so muss man wissen, dass es sich wahrscheinlich um ein Mitglied aus dem Hause der Dukes of Marlborough handelt. Ähnlich verhält es sich mit dem berühmten Physiker William Cavendish, der zur Familie der Dukes of Devonshire gehörte. Im 15. Jahrhundert trugen etwa 10% der polnischen Bevölkerung dieses Prädikat, das aber nicht in allen Fällen ein Adelsprädikat war, sondern ähnliche Bedeutung hat wie das niederdeutsche Pfann, also eine Herkunftsbezeichnung ist. Es gab jedoch auch adelige Familien, die das Kürzelski oder CKI-WICZ an ihrem Namensende trugen und solche, die durch Heirat in den polnisch-litauischen Adel aufgenommen wurden und deren Familie hierdurch ebenfalls adelig wurde. Die polnischen Königreiche und polen Litauen sind hier besonders zu betrachten, da sie auch titellos waren. Bis 1917 hatten nur die Adeligen das Recht, mit dem Vatersnamen Owycz angeredet zu werden. Zum Beispiel nichtadelige Person Alexander Ivanov-Petro Adelige Alexander Ivanovich-Petro. Obwohl Ivanov faktisch dasselbe bedeutete Ivans Sohn. Owycz ist eine Männerform. Die Frauenform lautet ohne bzw. F-nah. Diese Regel wurde jedoch im unformellen Umgang seit dem 19. Jahrhundert missachtet. Auch die Familiennamen einiger sehr alter Adelshäuser trugen dieselbe Endung. R. Jurikowitsch, Gedeminovitsch, USW. Namensendung Y seltener auch I, aber auch ein H. Zum Beispiel Ritter Miklos Horty von Nagibenja, Standeserhöhung in den Rieterstand im Kaiserdam Österreich oder Ödön von Horvath. Zu Prädikaten nach dem Familiennamen gilt das zu Österreich ausgeführte, anstelle des von, stand aber bei uradeligen Häusern ohne kaiserlich-österreichische Standeserhöhung ein lateinisches D. Wie bei Julius Graf Andraschi de C. S. I. K. S. N. K. R. L. E. K. S. N. Horker. Anrede Weiter bezeichnete der Begriff Adelsprädikat die Anrede für die Träger bestimmter Adelstitel. Sie lauteten im deutschsprachigen Raum bis 1918 wie folgt.